Mal auf diese Szene bei der Vorstellung des Programms. Hast du so ein Bonbon für mich? Hast du mal einen Bonbon, ja klar hier und dann passen wir auf einen Bonbon Willa und jetzt, Achtung, steckt da sich die ganze Packung ein. Ja, weißt du Bescheid? So geht nämlich Sozialismus. Ist ja wahnsinnig, weißt du ja nicht wie gefährlich das ist dem Gabriel Essen wegzunehmen. Ja.